Kohlensäure ist eine anorganische Säure und das Reaktionsprodukt ihres Säureanhydrids Kohlendioxid mit Wasser. Die Salze der zwei protonigen Säure sind die Carbonate und Hydrogencarbonate. Ihre Ester werden ebenfalls Carbonate oder Kohlensäureester genannt. Technische Bedeutung haben die Polyester, die als Polycarbonate bezeichnet werden. Das Gas CO2 ist im Vergleich zu O2 und N2 relativ gut löslich in Wasser und reagiert zu einem geringen Anteil zu Kohlensäure. Das Gas CO2 wird umgangssprachlich oft und genau als Kohlensäure bezeichnet. Tatsächlich wird in der Wasserchemie gelöste CO2 mit der eigentlichen Säure H2CO3 üblicherweise als freie Kohlensäure zusammengefasst. Sie steht der Summe von Carbonat und Hydrogencarbonat als der gebundenen Kohlensäure gegenüber. Kohlensäure spielt eine wichtige Rolle im Säurebasenhaushalt sowohl des Wassers als auch des Blutes und der Körperflüssigkeiten. Die Natur der Kohlensäure als gelöstes Kohlendioxid erkannte 1741 William Brownrigg. Für die Erfindung des Sodawassers ist allerdings Josef Priestley bekannt. Dissoziationsgleichgewicht Gelöstes Kohlenstoffdioxid steht in wässriger Lösung im Gleichgewicht mit Kohlensäure. Die Erlenmeyer-Regel beschreibt die Instabilität von Molekülen mit zwei Hydroxygruppen am selben Kohlenstoffatom. Daher liegt das Gleichgewicht sehr weit auf der Seite des Anhydrids. Der Anteil des Säuremoleküls liegt in wässriger Lösung bei nur rund 0,2%. Dieser Anteil ist mäßig von der Temperatur abhängig. In Organismen wird die Reaktion durch das Enzym Carboanhydrase beschleunigt. Die Kohlensäure ist eine zweiprotonige Säure. Sie gibt daher ihre Protonen in zwei Dissoziationsstufen an Wasser oder andere Basen ab. Der PKS-Wert der ersten Säure-Konstante kann lediglich berechnet werden. Er liegt mit temperaturabhängigen Abweichungen eigentlich bei ca. 3,6. Kohlensäure ist damit eine mittelstarke Säure vergleichbar mit Essigsäure und Ameisensäure. Da aber der Anteil der Kohlensäure gemäß Gleichung schlecht zu bestimmen ist, werden die Reaktionen unzu zusammengefasst und ergeben den Wert von ca. 6,5% für den PKS-Wert. Freie Kohlensäure ist damit eine schwache Säure. Reaktionsprodukt ist das Hydrogencarbonation HCO3-. Der PKS-Wert für die zweite Säure-Konstante liegt um 10,5%. Reaktionsprodukt ist das Carbonation CO32-. Die Konzentrationen der drei Kohlensäure-Spezies also der freien Kohlensäure, des Hydrogencarbonats und des Carbonets sowie der Oxoniumionen stehen miteinander durch das Massenwirkungsgesetz in einem berechenbaren Zusammenhang. Die Konzentration der Oxoniumionen wird durch den pH-Wert ausgedrückt. Bei einem gegebenen pH-Wert ist somit das Mengenverhältnis der Spezies festgelegt. pH-Indikation Wasser Bei pH 4 liegen mehr als 99% als Kohlendioxid-Wassermischung vor. Bei einem pH-Wert von 6,5% also gleich ist dem PKS der ersten Säure-Konstante, liegen daneben gleich viel Hydrogencarbonat vor. Der Anteil des Carbonets ist noch weit unter 1%. Bei ca. pH 7,5% im Leitungswasser bestimmt das enthaltene Hydrogencarbonat in Verbindung mit wenig gelöstem Kohlendioxid den Säurehaushalt. Etwa bei pH 8,3 liegt der maximale Anteil an Hydrogencarbonat mit ca. 98% vor. Je knapp 1% sind Kohlendioxid und Carbonat. Dies ist der typische pH-Wert von Natrium- oder Kaliumhydrogencarbonat in Wasser. Auch abgekochtes Trinkwasser zeigt diesen pH, da gelöstes Kohlendioxid ausgetrieben worden war. Bis fast zur Trockene eingekochtes Trinkwasser zeigt einen pH von bis zu 9. Da sich hierbei ein geringer Hydrogencarbonat-Anteil in Carbonat umwandelte. Bei einem pH gleich dem PKS der zweiten Säure-Konstante von 10,5 liegen gleiche Mengen Hydrogencarbonat und Carbonat sowie ein verschwindend geringer Anteil an Kohlendioxid vor. Bei pH 12,5 hat das Carbonat einen Anteil um 99% Hydrogencarbonat liegt bei knapp 1%. Dies ist der typische pH-Wert von Natrium- oder Kaliumcarbonat in Wasser. Diese Eckwerte spiegeln die Zusammenhänge im vielfach genutzten Bicarbonat-Puffer wider. Kohlensäure wird für unzählige Produktionsprozesse weltweit eingesetzt, wobei sie dem Endverbraucher wohl am ehesten aus Erfrischungsgetränken bekannt sein dürfte. Johann Jakob Schweppe entwickelte im späten 18. Jahrhundert ein Verfahren mittels dessen sich Wasser mit Kohlenstoffdioxid versetzen lässt. Im 19. Jahrhundert begann man Mineralwasser-Kohlenstoffdioxid beizumischen um dieses haltbar zu machen. Kohlensäure als Reinsubstanz Im Labor ist es gelungen, Kohlensäure als Reinsubstanz zu erzeugen. Das ist jedoch praktisch betrachtet eher eine wissenschaftliche Kuriosität. Bei tiefen Temperaturen und unter absoluter Abwesenheit von Wasser oder Metallionen kann die Kohlensäure H2CO3 als wasserklare, farblose Flüssigkeit dargestellt werden. Derivate der Kohlensäure Darüber hinaus sind organische Derivate der Kohlensäure bekannt, so verschiedene Kohlensäure-Ester. Sie sind leicht zugänglich durch die Reaktion von Fusken mit Alkoholen. Von technischer Bedeutung sind vor allem die Amide der Kohlensäure. Ihre Stammverbindung ist der Harnstoff ein Diamid der Kohlensäure, als Beispiel seien die Urethane genannt. Es sind substituierte Ester des Monoamids der Kohlensäure, der Kabaminsäure, diese sind die Stammverbindungen überaus wichtiger Kunststoffe, der Polyurethane, aggressive Kohlensäure und Verwandte. Eine weitere Gruppe von Trivialnamen, die nicht chemisch unterschiedliche Spezies, sondern Mengenanteile bezeichnen, stammt aus dem Bereich der Wasserchemie für kalkhaltige Wässer. Es sei darauf hingewiesen, dass die folgenden Begriffe jeweils Mengenanteile der sogenannten freien Kohlensäure betreffen, bei denen zwischen Kohlensstoffdioxid und der Kohlensäure im mengeren Sinn nicht unterschieden wird. Entsprechend dem Kalkohlensäure-Gleichgewicht sind die Konzentrationen von Calcium und Kohlensäure voneinander abhängig. Man unterscheidet die Menge der zugehörigen Kohlensäure von der Menge der überschüssigen und der aggressiven Kohlensäure. Zugehörige Säure hält im Mengengleichgewicht der Kohlensäure speziell ist den pH-Wert gerade so niedrig, dass die hiervon abhängige Konzentration des Karbonates multipliziert mit der des Calciums gerade noch nicht das Löslichkeitsprodukt des Calcium-Karbonats überschreitet. Darüber hinaus vorhandene freie Kohlensäure gilt als überschüssig. Davon wiederum ein Teil könnte weiteren Kalk in Lösung bringen, ist also aggressiv. Der Rest des Überschusses würde danach als zusätzliche zugehörige Kohlensäure benötigt. Mit steigendem Werten für die Karbonathärte steigt der Anteil der zugehörigen freien Kohlensäure überproportional an. Beispielsweise beträgt dieser Wert bei 5,1 Grad dH 1,83 Milligramm LCO2 und bei 10,2 Grad dH 11,67 Milligramm LCO2. Dies führt bei der Mischung von Wässern zu einem Mewasserproblem. Die Mischung von Wässern mit unterschiedlicher Karbonathärte ergibt Mewässer mit aggressiver Kohlensäure. Selbst wenn die Ausgangswässer im Kalkohlensäure-Gleichgewicht waren, die mathematischen Zusammenhänge sind in der Tillmanns-Scheng-Gleichung zusammengefasst, mit der die zugehörige freie Kohlensäure für jeden Gehalt an Calcium berechnet werden kann. Nachfolgen die Kurzfassung dieser Gleichung. Die Elemente der Gleichung bedeuten, ist gleich Konzentration der zu berechnenden zugehörigen freien Kohlensäure in Mohl, ist gleich Tillmanns-Scheng-Konstante, ist gleich Quadrat der Konzentration der Hydrogencarbonate in Mohl, ist gleich Konzentration des Calciums in Mohl. Weitere Einzelheiten hierzu unter Tillmanns-Schengleichung. Für die Aufbereitung und Entkarbonisierung von Wässern ist die genaue Kenntnis dieses Gleichgewichtes und seiner Einstellgeschwindigkeit von großer Bedeutung. So wird bei der Trinkwasseraufbereitung das Rohwasser über halb gebranntes Dolomite II geleitet, damit es keine überschüssige freie Kohlensäure enthält, da Eisen oder andere Ölmetalle mit dieser reagieren und so beispielsweise Rohrleitungen aus Stahl korrodieren würden. Auch diese Reaktionen sind konzentrationsabhängig im Gleichgewicht mit entsprechenden Karbonaten. Deshalb spricht man dann Z. B. von Eisen-aggressiver Kohlensäure. Dolomite wird verwendet, weil in Anwesenheit von Magnesiumionen die Einstellgeschwindigkeit des Tillmanns-Schengleichgewichtes erheblich beschleunigt wird, was mit reinem Calciumcarbonat viel zu lange dauern würde. Bei manchen Anwendergruppen B. in der Fischerei werden die hier genannten Mengenbegriffe oft so missverstanden, als ob Z. B. die aggressive Kohlensäure besonders schädlich wäre etwa für die Fische. Da aber Fische nicht aus Kauk bestehen, richtet sich die aggressive Kohlensäure nicht in anderer Weise gegen sie als der Rest der Kohlensäure. Für die Atmung der Fische ist vielmehr die gesamte gelöste CO2-Konzentration ausschlaggebend. Für eine allfällige saure Verätzung ausschließlich der pH-Wert des Wassers. Die zugehörige Kohlensäure wird dort so missverstanden, als ob sie in besonderer Weise an das Hydrogencarbonat gebunden und deshalb nicht durch Wasserbelüftung auszutreiben oder durch Photosynthese von Algen zu verbrauchen wäre. Tatsächlich steht bei den Vorgängen die gesamte freie Kohlensäure zur Verfügung, sodass es zu einer Steigerung des pH-Wertes, dadurch zu einer Verschiebung des Mengengleichgewichts hin zu mehr Karbonat und dadurch schließlich zu einer Überschreitung des Löslichkeitsproduktes, des Kalkes, also zu einer Kalkfällung kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017